Willkommen zurück in der Virtual-Ein-Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut Voodoo.de.vr. Das ist die nächste Episode meiner VR und AR Weekly News. Diesmal mit Kalenderwoche 15 2023. Die Temperaturen steigen schon wieder ein bisschen. Ich war schon wieder am Ölen. Das geht so langsam los, glaube ich jetzt. Ich hoffe, ich muss meine Klimaanlage nicht bald schon wieder aufbauen. Aber wir schauen mal. Es gibt wieder alles zum Thema VR und AR Hardware, Spiele, Releases und Sales. Danke an meine Sponsoren Voodoo.s VR, Opperman Events, Virtua Escape und Slim Beats. Viel Spaß mit dem Video und los geht's. Eine AR Brille mit eingebautem Chat GPT-KI. Das ist ja mal krass. Guck mal, so sieht das Ding aus. Sieht natürlich massiv hässlich aus, aber das ist ja alles nur ein Prototyp. Und zwar nennen die das Ganze RIS GPT. Und ja, so sieht das aus. Also hier sind, ich mach's mal ein bisschen größer, hier sind zwei Leute, die unterhalten sich. Und der eine hat dieses Ding auf. Und diese Brille, die kann auch die Unterhaltung tracken. Das heißt, die hört, was das Gegenüber gerade sagt und kann dir dann entweder Sachen flüstern, die du antworten kannst oder direkt natürlich in dem Augmented Reality Display Vorschläge machen, was du antworten kannst. Und das Ganze funktioniert eben mit Chat GPT. Das habt ihr vielleicht schon mal ausprobiert. Das ist ja jetzt überall, wird das erwähnt und alle benutzen das schon. Und in den Schulen wird das benutzt. Die Kinder werden immer fauler, die machen einfach Chat GPT und tun das dann. Die Antworten da für ihre Hausaufgaben und so benutzen. Und das wird dann jetzt in dieser Brille eingesetzt. Ich finde das schon echt abgefahren. Vor allem, wenn du dann natürlich jemandem antworten kannst, dessen Sprache du gar nicht verstehst oder so. Das könnte natürlich sehr, sehr interessant sein. Insgesamt glaube ich aber, um jetzt mal so ein bisschen vom Thema abzuschweifen und meine eigene Meinung da ein bisschen reinzuballern. Ich glaube, KI wird unser Untergang sein. Wirklich. Ja, also die Menschheit ist ja sowieso schon faul wie ein Schwein. Wenn ihr mal in den Schulen guckt, was da abgeht, wie faul alle geworden sind. Ja, und wie nachlässig auch. Die Lehrer haben auch keinen Bock mehr und alles. Und dann, jetzt kommt auch noch sowas wie Chat GPT. Da macht sich ja überhaupt keiner mehr Gedanken. Also unser Hirn, das menschliche Hirn wird einfach irgendwann funktionslos. Das kann dann irgendwann nur noch wie so ein Zombie gerade auslaufen und essen. Ja, ist natürlich jetzt völlig übertrieben. Aber ich glaube, dass uns das alles nicht gut tut. Das ist natürlich jetzt saupraktisch. Ich benutze es ja auch manchmal, muss ich ja auch sagen. Aber ich glaube, weiß ich nicht. Guck mal, das hat man doch auch schon durch den Taschenrechner gesehen. Seit es Taschenrechner gibt, also ich kann nicht mehr gut Kopf rechnen. Die einfachsten Sachen tue ich in den Taschenrechner. Klar würde ich das dann irgendwann im Kopf, aber warum? Hier liegt mein Handy, zack, zack, fertig. Ja, und dadurch verdummt man dann halt irgendwie durch diesen ganzen Kram. Und ja, diese KIs. Ja, eigentlich ging es um die Brille. Aber trotzdem, so ab und zu muss ich dann doch meine eigene Meinung. Was haltet ihr denn vom Thema KI? Klar, nützlich ist es. Da sind wir uns vielleicht alle einig. Aber wie seht ihr das in der Zukunft? Schadet uns das oder ist das eine gute Sache? Vor allem, wenn das dann auch hier in so Brillen eingebaut wird, wo man das Gegenüber dann auch scannen kann und darauf antworten kann. Schreibt mal eure Meinung. Ein relativ krasses Spiel, habe ich gesehen, was angekündigt ist für die Quest 2. Und zwar Dead Hook. Das sieht sehr, sehr krass aus und sehr, sehr schnell. Hat so ein bisschen was von Doom und Quake. Das soll im Mai rauskommen. Und da können wir uns hangeln. Wir können schießen. Wir können Waffen upgraden und so. Und das Ganze ist brutal schnell und richtig krass. Und das könnte vielleicht nochmal ein cooler Shooter werden. Wo man wirklich mal denkt, da ist jetzt mal wirklich sowas wie Quake oder was in VR. Ja, und das halt auf der Quest, auf einer Standalone Brille. Aber Vorsicht, Motion Sickness Incoming, würde ich sagen. Ich werde das auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn es rauskommt. Ich fand es ganz beeindruckend, auch wenn ich ja nicht so der größte Shooter Fan bin. Aber das ist mir dann doch so aufgefallen. Dead Hook. Können wir bald unser Auto mit Augmented Reality einparken? Das zumindest möchte Ford. Und die haben einen Patent angemeldet, mit welchem wir mit unserem Smartphone, wie wir das hier sehen, unser Auto einparken können. So, und hier sieht man das ganz gut. Gut, also wir halten tatsächlich unser Smartphone, also das Auto steht dann irgendwo an der Seite rum, in der zweiten Reihe, sage ich jetzt mal. Und da geht es um Parallelparken. Und dann halten wir das Smartphone dahin und drücken dann auf Parken. Also da steht ja auch Aim at Vehicle. Wir müssen das Auto im Blickfeld haben. Drücken dann Parken und halten die Kamera dann ans Auto und den Parkplatz und das parkt dann automatisch ein. Und das ist natürlich relativ cool. Für Leute, die ein Auto haben, was sowieso schon selber einparkt ist, ist das natürlich relativ uninteressant. Aber so kann man, gibt es dann halt jetzt auch noch eine andere Möglichkeit, wie man das machen könnte. Und finde ich irgendwie interessant. Ja, also das würde ich gerne mal sehen, wie dann jemand mit dem Smartphone da steht und das Auto einparken lässt. Das kommt natürlich immer auf die Situation an. Du kannst natürlich jetzt nicht auf der Straße rumstehen und da die ganze Zeit wirst du wahrscheinlich noch selber überfahren. Nee, ich bin gespannt, wie das gehen soll. Aber wie gesagt, ist das nur ein Patent. Patente kann jeder anmelden. Ich kann auch ein Patent anmelden. Und ob das dann später natürlich eingesetzt wird, ist immer eine andere Sache auf jeden Fall. Interessante Idee von Ford. Können wir bald zum Beispiel Counter-Strike-2-Matches in VR betrachten. Das wird möglich sein. Und zwar mit Vertex Stadium. Die haben jetzt da eine Lizenz und die können. Und da kann man tatsächlich mit VR in ein Match rein. Also man spielt nicht selber mit, sondern man ist Zuschauer. Und das ist nicht einfach nur auf dem flachen Bildschirm. Nein, wir sind wirklich in dieser Welt drin, können da drin uns auch bewegen und das aus allen Blickwinkeln betrachten, auch mit Roomscale und so. Und können diese Matches dann anschauen. Und das ist natürlich schon geil, oder? Also so ein Match mitzuerleben ist natürlich super. Du kannst es aus jedem Blickwinkel, aus jeder Perspektive sehen. Kannst zum Beispiel auch hinter deinem Lieblingsspieler hinterherlaufen. Die sehen natürlich nicht, dass jemand hinter einem zuguckt oder so. Sonst würde die das ja auch ablenken. Aber das ist mega cool. Also sowas finde ich in VR auch cool. Wenn man da wirklich in vollem 3D- und Raumtracking mit seinen Leuten da mitschauen kann. Und gerade bei Counter-Strike 2, das wird jetzt richtig gehypt. Da denke ich mal, dass das sehr interessant sein könnte. Würdet ihr so ein Match auch gucken? Schreibt es mal in die Kommentare. Zenith, das erfolgreichste VR-MMORPG, bekommt im zweiten Quartal 2023 einen Patch. Der nennt sich Skyward Summit. Und da wird dann PvP eingeführt. Also Spieler gegen Spieler. Da gibt es dann Team-Matches oder 1 gegen 1. Und da wird auch die Cyber-Ninja-Klasse eingeführt. Und es wird dann noch andere Sachen geben, wie Player-Housing und Ressourcen-Crafting und all so ein Zeug. Und gleichzeitig wird mit diesem Patch aber auch der Support für die PSVR 1 und die Quest 1 abgeschafft. Das hatte ich ja zuletzt schon erwähnt. Und ja, dieser Patch wird natürlich groß dann dementsprechend sein. Da wird viel am Spiel geschraubt. Und eine neue Klasse ist natürlich auch mal wichtig. Da werden sicherlich einige Leute wieder ins Spiel reinkommen. Und ja, wenn ihr Bock darauf habt, auf meinem Discord der deutschen VR-Gemeinde findet ihr in der Beschreibung. Da wird das auch gezockt. Da könnt ihr auch ein paar Runden mit deutschsprachigen VR-Spielern zocken in Zenith. Ja, ich bin gespannt auf diesen Patch. Und ein intelligenter Teppich für VR-Fortbewegung. Verrückt, oder? Und zwar kommt das Ganze aus Südkorea von der... Oh, ich kann es ähnlich aussprechen. GIS nenne ich es jetzt einfach mal. Gwangju Institute of Science and Technology. Okay, und die haben diesen Teppich entwickelt. Guckt euch das mal an. Der Kerl, der steppt hier auf dem Teppich und wir können dann laufen. So was gibt es ja schon so ähnlich ohne Teppich. Mit zum Beispiel dieses Cat Loco, wo du dann an die Füße und an die Hüften und an die Knie so Geräte machst. Und dann kannst du auch auf der Stelle laufen. Und ja, als Teppich ist das natürlich wesentlich einfacher. Weil du musst nicht immer diese ganzen Dinger anschnallen und laden und so. Und das könnte vielleicht ganz interessant sein. Auch wenn es natürlich wieder anstrengend ist. Wer will die ganze Zeit da rumhopsen? Und das Ganze wird halt mit Machine Learning gescannt. Also ihr seht hier, da werden quasi die Berührungspunkte und das Gewicht von den Füßen auf dem Teppich gescannt. Und dann in Bewegung umgesetzt. Das merkt auch, wenn ihr vorne nur die Zehen oder hinten die Ballen aufstützt. Und dementsprechend kann er dann Bewegungen realisieren. Das geht tatsächlich auch rückwärts und alles dann. Man kann auch springen. Das merkt er alles. Halt vom Gewicht und von den Punkten, wo ihr euren Fuß berührt damit. Und das ist cool. Wann das rauskommt, wie das rauskommt und ob das rauskommt, steht allerdings noch nicht fest. Das ist wie gesagt in Entwicklung in Südkorea. Aber interessante Idee, wenn ich mir überlege, dass da einfach nur so ein Teppich hin muss. Hey Leute, habt ihr nicht Bock, mich mal so ein bisschen zu supporten und diesen geilen Kanal zu unterstützen? Das wäre doch mal was. Ich würde mich echt freuen. Ein Euro im Monat. Vielleicht habt ihr das sogar in diesen verrückten Zeiten für mich übrig. Würde mich freuen. Ihr kriegt hinter den Kulissen Videos eine Spezialrolle auf meinem Discord und frühen Zugang zu meinen Videos. Das wäre doch mal was. Schaut mal im ersten angepinnten Kommentar oder auch in der Beschreibung. Ich würde mich wirklich freuen. Wirklich. Also ganz ehrlich. Ja, schauen wir uns mal die Releases an diese Woche. Breachers, habe ich euch ja gezeigt. 5 gegen 5, taktischer Shooter, hat mir super gut gefallen. Dann Gambit, das habe ich auch schon auf meinem Kanal gezeigt. Das ist auch zack zack so ein 4-Player-Shooter. Fruit Ninja, ja Früchte zerteilen. Zweiter Teil, dann Nerf Box. Das ist ein Physik-basierter Multiplayer-Sandbox, wo man ein bisschen rumspielen kann. Crystal Blast ist eher ein, das ist ein Singleplayer, ein Action-Adventure durch Dungeons. Dann Portable VR, das ist auch so Physik-basierte Puzzles in hoher Höhe. Zombie Edition VR Horror-Adventure, ja Horror-Shooter, Zombie-Shooter. Katen Sushi VR, ja Sushi machen, why not? Kill it with Fire, da können wir Spinnen killen. Es geht um Spinnen. A Night in the Attic, das ist auch ein Puzzlespiel. Wir müssen auch mysteriöse Objekte finden und damit Puzzles machen. Ich glaube, das ziehe ich mir mal rein. Und dann Smash Room, ja Sachen zerstören in VR zieht immer. Und dann auf der Quest haben wir noch auch Breachers. Übrigens auch auf der Pico 4. Da habe ich vor ganz kurzer Zeit, vor zwei Tagen mit jemandem von Pico gesprochen. Im Ende zweiten Quartal soll auch eine Webseite kommen für Pico 4 Releases. Dann kann ich die euch auch zeigen. Ja, im Moment gibt es das nur auf dem Smartphone und ich kann euch jetzt hier nicht mit geringem Aufwand eine Smartphone-App zeigen. Das macht keinen Sinn. Dann weiter auf der Quest, auch Gambit, auch Fruit Ninja 2, auch A Night in the Attic, auch Kill it with Fire. Also viele Spiele kommen jetzt parallel auf Steam und Quest. Und auch Call of the Sea, das ist ein Abenteuer. Das fand ich auch gut, das habe ich auch schon mal gezockt. Ja, nichts Neues auf der Playstation VR 2 diese Woche. Das waren die Releases. Und schauen wir uns noch die Sales an diese Woche. Auf Steam haben wir Boining Steel, ein toller Singleplayer-Shooter. 50% kriegt ihr den günstiger. Dann haben wir Beanstalker, eine Action-Kletter-Simulation. Die kriegt ihr sogar 90% günstiger im Moment. Und Operation Warcade, sehr cooler Shooter, kriegt ihr 60% günstiger. Paper Beast, ein sehr chilliges und schönes, gemütliches Abenteuer. 65% günstiger. Und Into the Radius, toller Survival-Shooter. Kriegt ihr 30% günstiger. Auf der Playstation VR 2 habe ich nichts gefunden. Wie gesagt, die Quest-Sales gehen immer so kurz. Das bringt halt einfach nichts, die zu zeigen. Wenn ich das aufnehme und ihr seht, dann sind die Sales schon vorbei. Aber vielleicht, wenn, wie gesagt, diese Pico4-Webseite kommt, dann kann ich euch auch die Sales von Pico zeigen. Es sei denn, die gehen auch immer nur 24 Stunden, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Das waren die Weekly News diese Woche. Bitte checkt mal den ersten angepinnten Kommentar, wenn ihr mich supporten wollt. Gebt mir einen Daumen nach oben. Teilt das Video. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Wude.de Wude.de